herzlich willkommen dieses neue kraftwerk wartet auf dich und mitten hinein in deine schwachheit will gott seine stärke leben es war 1992 während der olympischen spiele in barcelona riss bei dem britischen läufer derek redmond die achillessehne er war in diesem halbfinale der 400 meter sprinter und gezeichnet von furchtbaren schmerzen wusste redmond dass das rennen für ihn vorbei war aber er wollte es unbedingt bis zur ziellinie schaffen und er begann zu rumpeln trotz dieser furchtbaren schmerzen und plötzlich sieht man wie in dieses bild ein alterer mann hineingerannt kommt der sich an den sicherheitskräften vorbei schlängelt und den jungen packt seinen arm um die schulter legt und dann mit ihm bis zum ziel geht es stellt sich im nachhinein heraus das war der vater gemeinsam über querten sie die ziellinie ein bewegender moment und ein schönes bild der vater hilft dem sohn die ziellinie zu überschreiten und ich glaube genau dasselbe versucht gott ihr heute zu sagen egal wie schwach du dich fühlst ich will dich unterstützen ich will deine stärke sein und ich will dich bis zum ziel bringen der teufel versucht immer uns so pseudokräfte zu vermitteln wenn du nur genug alkohol trinkst wenn du nur genug drogen nimmst wenn du nur genug kaffee hast wenn du nur genug erfolg hast wenn du nur genug geld hast wenn du nur nein das sind alles so pseudokräfte die wahre kraft kommt von gott in jesaja 40 heißt es die auf den herrn warten kriegen neue kraft dass sie auffahren mit flügeln wie der adler du wirst hochgehoben von der thermik des heiligen geistes von seiner liebe von seiner kraft von seiner freude von seinem frieden halleluja hiob holte diese durchhaltekraft von gottes heißt hier er sagte nackt bin ich aus meiner mutter leib gekommen und nackt kehre ich dahin zurück der herr hat gegeben der herr hat genommen der name des herrn sei gepriesen ich hole meine kraft vom herr daniel ja er hatte die chance sein leben zu retten aber damit hätte er gott verleugnen müssen und das wollte er auf keinen fall und so lesen wir in daniel 6 da stand der könig bei der morgenröte auf ging schnell zum löwen käfig und als er sich der grube näherte riefe mit trauriger stimme nach daniel der könig begann und sagte zu daniel daniel du knecht des lebendigen gottes hat dein gott dem du ohne unterlass dienst dich von den löwen retten können da redete daniel mit dem könig könig erlebe ewiglich mein gott hat sein engel gesandt und er hat den rachen der löwen verschlossen sodass sie mich nicht verletzten konnten weil an mir keine schuld gefunden werden konnte und auch vor dir könig habe ich kein verbrechen begann hey was für eine coole antwort die löwen konnten ihm nichts tun paulus holte gottes kraft um alle schwierigkeiten zu überwinden wir lesen in zweiter korinther wo er beschreibt ich wurde fünf mal mit 40 schlägen weniger eingeschlagen normalerweise ist da der rücken schon zerbrochen dreimal mit ruten geschlagen einmal gesteinig dreimal schiffbruch erlitten einen tag und eine nacht lang im meer getrieben oft auf reisen in gefahren von flüssen in gefahren von räubern gefahren von meinen eigenen leuten die mir nachgestellt haben und so weiter und dann sagt er ich will mich aber rühmen meiner schwachheit denn wenn ich schwach bin dann bin ich stark und in klammern in ihm gott hat auch für dich heute genug kraft damit du deine berufung ausführen kannst er ist heute deine stütze er ist heute der der dich anfeuert und der zu dir sagt verlass dich auf mich ich gehe mit dir wo immer du bist habe ich den weg schon vorbereitet in jesus namen sei gesegnet vielen dank dass sie unser kanal besuchen es ist unser ziel ermutigung und freude am glauben weiterzugeben mit einer monatlichen spende von zehn euro helfen sie uns diese wertvolle arbeit weiter zu machen gemeinsam für gottes reich gott segen sie